Smarana ihr Lieben, ich wollte heute das Pieksen mit euch besprechen und zwar gibt es ja so viele gegensätzliche Meldungen und ich beziehe mich an verschiedene Fragen von euch, die ihr mir geschrieben habt und werde die also mit euch zusammen durcharbeiten. Wie zum Beispiel diese Punkte. Kann das Pieksen unsere DNA verändern? Kann das Pieksen unserer Seele schaden? Kann ein Gepiekster jemand anderen anstecken? Ist es gefährlich mit einem Gepieksten zusammenzukommen? Oder ist es gefährlich mit einem Nicht-Gepieksten zusammenzukommen? Alles ganz wichtige Fragen und vor allen Dingen werden wir in diesem Video am Ende eine wunderschöne, neuartige Meditation zusammen machen, wo wir uns schützen können, wo wir die Pieksstoffe in unseren Körper neutralisieren können und dadurch geschützt sind. Das heißt also, diese Meditation ist günstig für Menschen, die schon gepikst sind, weil da auch die Stoffe praktisch neutralisiert werden können. Ist günstig für Menschen, die sich nicht pieksen lassen werden, einfach als Schutz. Und für alle, die unsicher sind, ist es natürlich auch schon mal gut, in diese Energie hineinzugehen und sich dadurch energetisch mit seiner Seele neu auszurichten. Also besonders wertvoll und dieses Video soll Mut machen, Kraft geben und Hoffnung ausbreiten, Hoffnung und Vertrauen ausbreiten. Einfach mit der aktuellen Situation, wie man damit umgeht, wie man damit leben kann, wie man damit dennoch den Weg in die Spiritualität sich aufrechterhält. Denn es gibt auch noch eine Frage, die da lautet, kann das Pieksen der Spiritualität schaden? Das alles erfährst du in meinem Video und ich freue mich, dass du da bist. Ich beziehe mich in meinen Recherchen auf Rudolf Steiner und zwar hat dieser tolle Mann, so wie ich es empfinde, schon vor 100 Jahren von diesen Impfungen gesprochen, von diesen Pieksereien gesprochen. Und das, was er damals gesagt hat, das ist irgendwie eingetreten und er hat aber auch noch mehr Dinge gesagt, die noch eintreten werden. Und das sollten wir wissen und wir sollten uns gut darauf vorbereiten. Das Vorbereiten machen wir jetzt in diesem Video am Ende. Also auf jeden Fall, das müsst ihr, solltet ihr unbedingt euch gönnen, damit wir in diese schöne göttliche Seelenschwingung wieder hineinkommen. Rudolf Steiner hat ja auch gesagt, also er ist der Begründer der Waldorfschule, ich weiß nicht, ob das alle wissen. Er ist ein österreichischer Philosoph, Pädagoge und spiritueller Mensch, geboren in Ungarn und hat auch ganz viele Bücher geschrieben über die Wissenschaft des Geistigen. Er ist auch der Begründer der Akasha-Chronik, der hat es entdeckt sozusagen und uns nahegebracht. Er war der Erste, der von Akasha-Chronik überhaupt berichtet hat. Also für mich ein sehr wertvoller Mensch. Ein Zitat von ihm, das finde ich so hochinteressant, das heißt, das Leben ist eine Schule, wohl dem, welcher die Prüfung besteht. Und das hat ganz schön ein Gewicht, dieser Satz. Ja, also die große Frage, im Moment geht es ja darum, um das Piksen für die Kinder, dass das da ein Gesetz ist. Und er hat da diese Frage gestellt, werden unsere Kinder zu seelenlosen Geschöpfen durch das Piksen? Es kommt darauf an, aus was diese Piksstoffe bestehen. Wir wissen es ja nicht. Und es wurde auch noch nie überprüft. Es ist irgendwie ein Zeitdruck aufgebaut worden, dass sich dafür keine Zeit gelassen wird. Und dass jetzt ungetestete Stoffe einfach den Menschen eingepikst werden. Und unter dem Mantel der Freiwilligkeit, es ist ja nicht freiwillig. Also ich für mich verstehe, man tut es aus verschiedenen Gründen. Entweder aus Angst, dass man sich anstecken könnte. Oder weil man eben öffentliche Annehmlichkeiten gerne genießen möchte. Also essen gehen, ausgehen. Oder weil man reisen vielleicht möchte. Oder weil man in der Arbeit dazu gezwungen wird, weil es eben die Hygiene erfordern würde. Das sind Dinge, die nehmen eine komische Form, eine komische Laufbahn an. Und es trägt natürlich dennoch jeder selbst die Entscheidung, lasse ich mich jetzt piksen oder nicht. Ich möchte euch heute einfach unterstützen, eure eigene Position zu finden, indem ich Steiner zitieren werde. Ich habe hier schon einen Zettel vorbereitet, den werde ich euch vorlesen. Und den werden wir zusammen durchgehen, einfach damit wir durchblicken, was er gemeint hat. Und eben dann am Schluss diese tolle Meditation machen, welche uns in den absoluten Schutz zu diesen Maßnahmen bringt. Und das ist für mich diese Meditation so die Grundlage für das neue Leben, was uns ja erwartet. Und in dieser C-Zeit wird ja alles umgeändert, wird alles auf einmal tragisch, schwierig. Es ist nicht mehr so frei wie vorher. Steiner hat festgestellt, bei Menschen, die keine Angst vor einer Krankheit haben, dass die auch nicht krank werden. Und dann hat er gleich im gleichen Atemzug gesagt, Menschen, die in der Furcht sind, die Angst haben, brauchen dieses Piksen, denn sonst werden sie krank. Und wenn ihr euch überlegt, dass diese Angst ja extra geschürt wurde, um dieses Piksen einführen zu können, weil sonst hätte ja jeder, so wie bei der Grippe, gesagt, ach, brauche ich nicht, ich bin doch eh gesund. Und dieser Prozentsatz von den Menschen, die also sagen, sie lassen sich nicht piksen, der wird immer kleiner. Ich verstehe es gar nicht. Deswegen auch dieses Video, ein Aufklärvideo, was Hoffnung machen soll und neue Wege euch anzeigt, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen können. Bitte prüft auch für euch, ob das für euch stimmig ist, was ich sage, was Rudolf Steiner gesagt hat. Prüft es für euch, bildet euch eure eigene Herzensmeinung, damit ihr dann auch den Weg findet. Das liegt mir sehr am Herzen. Schadet das Piksen unserer DNA. Es kommt darauf an, welche Stoffe da drin sind. Es kann schaden, weil und zwar die DNA kann man ja durch Denkweisen verändern. Das ist wichtig zu wissen. Also jeder Mensch hat die Macht, seine DNA neu auszurichten, indem er positiv denkt. Es gibt ein Webinar von mir, wo man dabei geschult wird. Also die Ausrichtung des eigenen Denkens verändert die DNA. Wenn jetzt 80, 90 Prozent aller Menschen aus Angst sich piksen lassen, verändert das die DNA. Ganz klar, es ist eine Angststruktur dann in dieser DNA, ob bewusst oder unbewusst. Aber keine Sorge, wir können das ändern. Wir werden das in der anschließenden Meditation zusammen so wieder ändern, dass wir Kraft bekommen und dass unsere DNA dennoch nicht geschädigt wird. Denn wir sind ja Selbstschöpfer, wir können alles machen, manifestieren, was wir denken. Denken ist Manifestation. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also man braucht nicht wie ein Schaf sich dahin treiben zu lassen, dorthin treiben zu lassen und zu allem Ja zu sagen, man kann durchaus seine eigene Meinung haben und die Hilfe der geistigen Welt ist da, um uns zu unterstützen, um uns zu zeigen, deine Anbindung, deine Zuwendung zu Gott, die ist immer da. Es liegt nur an dir selbst, inwieweit du diese Verbindung stärkst. Und da komme ich jetzt auch schon gleich zu dem, was Steiner gesagt hat. Vorher wollte ich noch einmal etwas sagen zu dem, sind Gepiekste ansteckend. Dazu ist es noch nicht erprobt, man weiß es nicht. Ja und nein ist beides richtig. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, wenn jemand an Masern geimpft wird, dass er die ersten drei Tage jemand anders mit Masern anstecken könnte. Also da gibt es das schon. Jetzt die große Frage, gibt es das auch bei der C-Pikserei? Also ich in meinem Bekanntenkreis hat eigentlich mein Herzensfreund, ja mein Allerliebster, hat sich piksen lassen. Und ich beeinflusse ihn da auch nicht. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Das ist ja sein Leben, seine Entscheidung. Aber ich bin also bis jetzt immer noch gesund. Das wollte ich euch bloß sagen, das ist jetzt meine Erfahrung. Ich weiß nicht, welche ihr gemacht habt. Also es kann auch sein, dass das jetzt Panikmache ist, was da so verbreitet wird. Deswegen prüft für euch, ob das überhaupt stimmt, was alles so gesagt wird. Ja, also von daher, von meiner Erfahrung her, ist da überhaupt nichts passiert und alles ist gut. Aber was wichtig ist, diese Schutzmeditation, wie wir machen werden, die schützt dich auch vor diesen Dingen. Ja, und das ist ganz wichtig. Also wenn jetzt in deiner Familie jemand gepixt ist und du eben nicht, dann mach du diese Meditation für dich. Bau diesen Schutz auf. Verändere deine DNA mit mir nachher. Und schon ist das alles überhaupt kein Grund, in Panik zu geraten, sondern in seiner eigenen Mitte zu bleiben, stark zu sein. Und das ist das Hilfsmittel, was ich euch also schenken werde. Und jetzt gehen wir mal zum Text. Rudolf Steiner schrieb vor 100 Jahren, In Zukunft werden wir die Seele mit Medizin beseitigen. Das ist so eine Aussage. Eine total gravierende Aussage. Geht es denn überhaupt, dass man die Seele beseitigen kann? Meiner Erfahrung her nach geht es nicht, weil die Seele ist unsterblich und sie ist mit dem Körper und Geist verbunden. Das, was man vielleicht machen könnte oder beabsichtigen könnte, ist, diese Verbindung zwischen Körper und Geist zu schwächen, sodass wir unsere Seele nicht mehr fühlen, so intensiv wie jetzt. Das heißt also, es würden durch diese Maßnahmen Menschen entstehen, welche keine Gefühle mehr hätten, keine tiefgehenden Gefühle mehr hätten. Das ist also, so wie er das sagt, würde das beabsichtigt sein. Mit unserer Meditation am Ende kann man dagegen wirken. Also alles ist gut, aber wir sollten es wissen. Denn wenn man das jetzt nicht alles weiß, oder wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich auch nicht diese wundervolle Schutzmeditation für euch kreieren können. Und von daher ist es wichtig, auch mal solche Dinge anzuschauen. Dann hat er geschrieben, Das ist ja jetzt noch nicht geschehen. Das hat er nur vorausgesagt. Das lässt jetzt, denke ich mal, alle Eltern aufhorchen oder sowieso alle Menschen aufhorchen. Ich kann doch nicht, so empfinde ich es jedenfalls, einem Neugeborenen eine Impfung geben, wo beabsichtigt ist, dass er diese Verbindung zu seiner Seele nicht mehr spüren wird, die Verbindung zu Gott nicht mehr spüren wird. Also das widerspricht jeglicher Ethik, jeglichem Gottesvertrauen der Schöpferkraft, der uns hat entstehen lassen. Auch das werden wir in der Meditation alles behandeln. Dann hat er gesagt, Materialistische Ärzte werden mit der Aufgabe betraut, die Seele der Menschen zu entfernen. Das sind zwei Punkte wichtig in dem Satz. Die Materialistischen Ärzte und die Seele entfernen. Also Seele entfernen, das geht nicht. Die Seele ist immer da. Das habe ich euch ja vorhin erklärt. Es ist nur die Verbindung zur Seele, die schwacher werden könnte. Also von daher Seele. Man kann auch seine Seele nicht verkaufen oder das geht alles nicht. Die Seele ist immer da. Aber das andere, die Materialistischen Ärzte. Und das ist so für mich der Hintergrund von dieser See-Zeit, dass durch die ganzen Maßnahmen, durch die Angsterzeugung, die Menschen eben dann bereit sind, diese See-Pixerei mitzumachen, weil sie ja dann wieder alles konsumieren können. Letztendlich. Weil sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, indem sie sich piksen lassen oder testen lassen. Und das ist etwas Materialistisches. Und hinter dieser Sichtweise ist das Böse. Denn bei dem Bösen geht es um Ausnutzung, um Machtausübung, um Geld. Das heißt, wenn alle Menschen materialistisch sind, das heißt, wir konsumieren ständig irgendwas, wir kaufen uns tolle Dinge, das ist materialistisch. Daran verdient ja jemand, daran wird ja jemand stark und je stärker er ist, kann er Macht ausüben. Und wenn dann tatsächlich jedes Jahr zweimal piksen angesagt ist, kann es sein, dass sich immer mehr dieses materialistische Denken stärkt und die Verbindung zur Seele tatsächlich schwächer wird. Es kann auch sein, dass dadurch der Bezug oder der Zugang zur Spiritualität immer schwächer wird. Dem wirken wir aber entgegen. Also seid nicht verängstigt. Ich bin dafür da. Ich kann euch helfen, indem wir zusammen diese Meditation machen. Also es ist alles in Ordnung. Wir haben immer noch die Kraft, uns selbst zu bestimmen. Das ist wichtig zu wissen. Und diese Hintergründe, auch wenn das jetzt ein bisschen tragisch alles ist oder wenn ich jetzt auch sehr direkt bin, verstehe ich dieses Video als Hoffnungsmacher, als Lichtblick, wie man mit der Situation am besten umgeht. Und ich möchte euch auch einfach helfen, euren Weg in dieser Zeit zu finden, euch eure eigene Meinung zu bilden, abseits vom Mainstream, abseits von irgendeiner Beeinflussung. Geht in euer Herz und guckt, wie ihr das am besten verarbeitet und macht diese Meditation. Das ist die größte Hilfestellung, die wir von der geistigen Welt bekommen. Denn jetzt ist es noch Zeit dafür. Es ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, dies zu tun. So, dann hat er geschrieben, Wie heute werden Menschen gegen diese Krankheit oder diese Krankheit geimpft. Also verschiedene Impfungen. Das hat er schon immer gegeben, meint er damit. Sodass zukünftig Kinder mit einer Substanz geimpft werden können, die genauso hergestellt werden kann. Also eine Substanz, die es bis jetzt noch nicht gibt, meint er. Ja, also es wird dann einfach eine Impfung sein mit einer Substanz, die noch entwickelt werden muss oder schon wird. Das weiß man nicht. Dass Menschen dank dieser Impfung immun gegen die Beeinflussung des geistigen Lebens werden. Er hat diese Beeinflussung als Wahnsinn geschrieben. Weil ja die spirituellen Menschen oft als ein bisschen verrückt erklärt werden. Aber letztendlich hilft uns ja diese Einstellung über die Spiritualität, uns abzugrenzen von dem Kollektiv. Uns abzugrenzen von der Angstmacherei. Und genau das will ja die Gegenseite nicht sehen. Die möchte ja nur Schafe haben, die alles machen, was gesagt wird. Ja, die zu ihr allem Ja sagen. Und über die Spiritualität hast du deine Freiheit. Hast du die Möglichkeit, anders zu denken, mit einem höheren Bewusstsein das zu beurteilen. Und genau das ist das, was uns stärkt und was unsere Hoffnung ist. So, dann hat er geschrieben. Das wäre extrem schlau. Aber er würde kein Gewissen entwickeln. Und das ist das wahre Ziel einiger materialistischen Kreise. Das heißt also, der Mensch mit diesem Serum würde nicht mehr ein Gewissen haben, so wie wir es jetzt haben. Er würde skrupellos sein. So wie die Gegenseite ist. Also nur auf Konsum und materialistisch ausgelegt. Keine Gefühle mehr haben. So stellt er sich das vor, der Steiner. Ich sage nicht, dass es so sein wird, dass das stimmt. Ich gebe es euch einfach nur mal. Und ich biete euch ja auch die Hilfestellung an am Ende des Videos. Das ist ja ganz wichtig. Dann hat er geschrieben. Es wäre extrem schlau, aber er würde kein Gewissen entwickeln. Das habe ich schon gelesen. Entschuldigung. Der andere Satz. Mit so einem Impfstoff lässt sich der ätherische Körper ganz einfach im physischen Körper verlieren. Und das ist die Gefahr von der Pikserei, dass die Verbindung zur Seele eben immer schwächer wird. Die Seele wird immer da sein. Die wird immer da sein. Sie wird alles versuchen, euch oder seinen Mensch zu unterstützen. Das wird die Seele immer machen. Und es liegt an jedem einzelnen Menschen, sich seiner Seele zuzuwenden und dadurch Kraft und Unterstützung zu bekommen. Weil die Seele ist mit Gottes Liebe verbunden. Das ist so ein goldenes Liebesband zwischen Gott, der Seele und dir. Und dieses Liebesband kann niemand wegnehmen, kann niemand zerstören. Das geht nicht. Man kann es nur abschwächen. Und wer das nicht möchte, kann sich dagegen wehren. Und das machen wir nachher. Dann lese ich weiter. Sobald der ätherische Körper abgelöst ist, würde die Beziehung zwischen dem Universum und dem ätherischen Körper extrem instabil werden. Das habe ich schon gerade gesagt. Also es würde schwach werden, diese Verbindung. Und der Mensch würde zum Automaten werden. Denn der physische Körper des Menschen muss durch spirituellen Willen auf dieser Erde gepflegt werden. Also der menschliche Körper erhält durch das Denken, durch das Zuwenden zu Gott, Kraft und Stärke. Das Denken erhält Kraft und Stärke und Liebe und Licht. Und über dieses Denken formen wir unsere DNA. Und wenn das nicht mehr stattfinden kann, durch die Schwächung der Verbindung, verlernen wir den Zugang. Verlernen wir, wie das geht. Dann fangen wir wieder von ganz vorne an. Aber es ist ja nichts verloren. Wir wissen alle, wir haben Werkzeuge in der Hand. Und zwar unseren Verstand, unser Herz, unsere Liebe, mit dem wir da entgegenwirken. So, jetzt kommt ein schlimmer Satz. Was er schreibt, der Impfstoff wird also zu einer Art arimanischen Kraft. Der Mensch kann sich nicht mehr von einem bestimmten materialistischen Gefühl befreien. Mit arimanisch meint er satanisch. Das heißt, er sagt voraus, dass man sich nicht mehr verbinden könnte mit den normalen Gefühlen der Liebe, sondern nur noch materialistisch geprägt ist. Also diese Sucht sich durch Besitztümer, durch Standards, Autos, Häuser, Kleiderschmuck, den man ständig, jeden Tag sammelt, darstellen möchte. Also man ist nur noch auf Konsum aus. Und wir wissen, dass wir schon lange eine Konsumgesellschaft sind. Aber bisher war das Spirituelle, hatte seinen Platz. Und das droht sich zu verlieren. Aber wir werden, wie gesagt, darauf eingehen. Also es gibt ganz viel Hilfe und Unterstützung. Der letzte Satz, den ich euch vorlese, er wird materialistisch in seiner Haltung und kann sich nicht mehr zum Geistigen erheben. Mit er meint er immer den Mensch. Also er warnt eigentlich davor, dass die Menschen zu sehr materialistisch werden und vergessen die Spiritualität. Vergessen, dass es die große Liebe Gottes gibt und den Schutz von Gott, die Botschaften der Engel. Dieses wundervolle, tolle Gefühl, was wir haben, das steht in Gefahr, laut Rudolf Steiner, durch die Piekserei. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht tragisch. Wir wissen jetzt, worum es geht, was er vorausgesagt hat und wir werden uns jetzt gleich zusammen in dieser Meditation ganz neu ausrichten. Wir werden einen Schutz aufbauen und die Unterstützung der geistigen Welt, die wird zu uns fließen. Und da freue ich mich sehr darauf, darüber und ich danke jetzt schon der geistigen Welt für die Eingebungen, die ich heute Nacht bekam, wie diese Meditation aussehen wird. Ich habe sie noch nie gesprochen. Ich werde sie jetzt live für euch sprechen und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude dabei. So, ich sprühe mich ein mit Smarana, mit Gottes Liebe. Smarana Semarana 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 Geliebter Mensch, schön, dass du heute hier bist und dich entschieden hast, für das Wohl deiner Gesundheit und für das Wohl deiner Seele zu sorgen. Wir werden eine hochenergetische, tiefgehende Meditation machen, in welcher wir uns vollkommen neu zu Gott ausrichten, in welcher wir die Verbindung zu unserer Seele festigen und stabilisieren. Und so bitte ich dich nun, deine Augen zu schließen und dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren. Atme das Licht der Liebe in dich hinein. Und dehne dich mit jedem Atemzug, mit dem Licht der Liebe immer mehr aus. Spüre, wie dabei Kraft und Licht und Liebe in dich hinein strömen. Und genieße diese Kraft und diese Liebe, welche ein Teil von dir ist. Rufe nun mit deiner inneren Stimme Mutter Erde und bitte sie, ihre Liebe mit dir zu teilen. Und bitte sie, ihre Liebe mit dir zu teilen. Öffne deine Seele und erhalte das reine, pure göttliche Licht, welches nun zu dir strömt. Du bist auf allen Ebenen geerdet. Deine Seele und fest verbunden mit allem, was ist. Deine Seele dehnt sich aus und das Licht der Liebe fließt durch dich hindurch. Verbinde dich nun mit deinem Herzen. Und lege den Fokus auf deine DNA. Bitte Gottes Liebe, deine DNA-Codes zu aktivieren, welche dich dabei sind. Dabei unterstützen in der Steuerung und Umwandlung von Impfstoffen in reines Licht. Und spreche diesen Satz mit deiner inneren Stimme. Ich bitte darum, dass sich die DNA-Codes aktivieren, welche für die Steuerung und Umwandlung von Impfstoffen in reines Licht wirken. Ich bitte darum, dass dies jetzt geschieht. So, wie es für mich richtig ist. 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 Ich bitte nun, die göttliche Liebe, all meine Zellen mit Licht und Liebe zu aktivieren, mit Licht und Liebe zu schützen und in ihrer ursprünglichen Struktur zu halten. Ich bitte darum, dass alles Notwendige jetzt geschieht. So, wie es für mich richtig ist. So, wie es für mich richtig ist. So, wie es für mich richtig ist. Ich bitte darum, dass alles nicht geschieht. Ich bitte darum, dass reines, pures göttliches Licht in meine DNA fließt. Ich bitte darum, dass meine Seele und die Verbindung zu meinem Körper und Geist geschützt wird. Ich bitte darum, dass dieser Schutz stabilisiert wird und die Verbindung erhalten bleibt. Ich bitte darum, dass völlig egal, was geschieht, ich vollkommen geschützt bin. Durch Liebe und Licht und eins mit meiner Seele bin. Und ich bitte darum, dass meine Liebsten und deren Seele, ebenfalls mit Licht und Liebe geschützt sind. Schöpfe. Und ich bitte darum, dass meine Liebsten und die Verbindung geht. So fühle nun in dir das helle Licht der Liebe, der unendlichen, vollkommenen Liebe von Smarana. Fühle die Nähe Gottes und wisse, dass diese Liebe und dieser Schutz immer bei dir sind. Dass diese Verbindung heute gestärkt wurde und du, deine Seele, welche dich so sehr liebt, immer wieder neu schützen kannst. Die Liebe und das Licht sind bei dir. Fühle so viel Zeit, wie es sich gut für dich anfühlt. Gesegnet ist dein Licht Gesegnet 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 Smarana Ich danke für alles, was gerade geschehen durfte und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich habe euch alle lieb. Bis dann. Gesegnet Smarana Smarana Untertitelung. BR 2018